Symptome einer Nierenentzündung bei Frauen Bei einer Niereninfektion wird man immer schwächer und es kommt zu progressiver Müdigkeit. Frauen sind wegen ihres Körperbaus anfälliger für eine Nierenentzündung. Eine simple Harnwegsinfektion kann sich komplizieren, die Nieren befallen und Konsequenzen mit sich bringen, die wir kennen sollten. In diesem Beitrag erfährst du mehr über die Hauptsymptome einer Nierenentzündung, um diese rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln. Erste Ursachen Nieren Die Symptome treten meist plötzlich und ohne jeglichen Grund auf. Viele Frauen sind durch die Diagnose erstaunt, was aber mehrere Ursachen haben kann. Die häufigste Ursache ist eine nicht ganz ausgeheilte Blasenentzündung, weil die Behandlung nicht richtig durchgeführt wurde. Eine Selbstbehandlung ist deswegen nicht ratsam. Es werden nämlich je nach Art der Bakterie verschiedene Antibiotika verwendet. Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung den Arzt aufzusuchen, damit diese eine angebrachte Behandlung verschreibt. Frauen sind aufgrund ihres Körperbaus anfälliger für eine Nierenentzündung. Eine korrekte Hygiene des Intimbereichs ist zur Vorbeugung wichtig. Übertreiben kann jedoch ebenfalls negative Folgen haben, da die gesundheitsfördernden Bakterien dadurch ebenfalls vernichtet werden. Die angebrachte Hygiene beim Geschlechtsverkehr sollte nicht vergessen werden. Eine polycystische Nierenerkrankung kann Entzündungen verursachen. Diabetes erhöht das Risiko einer Nierenentzündung. Nierenablagerungen führen ebenfalls häufig zu Nierenentzündungen. Ein geschwächtes Immunsystem kann auch ausschlaggebend sein. Zweite Symptome Niere Erste unbegründete Müdigkeit In vielen Fällen ist Müdigkeit situationsbedingt. Menstruation, Kopfschmerzen und so weiter sind Normalfälle. Bei einer Nierenentzündung fehlt einfach jede Kraft. Du fühlst dich dabei meist vollkommen ausgelaucht und findest nur im Sitzen oder Liegen Erleichterung. Müdigkeit erscheint schrittweise. Sie verschlechtert sich von Tag zu Tag und es gibt dann keine Besserung. Die Müdigkeit hat keinen Bezug zu Stress sowie Anstrengung. Keine Behandlung hilft und der Alltag ist dann schwer zu bewältigen. Zweite verschiedene Schmerzarten Eine Nierenentzündung kann verschiedene Beschwerden auslösen. Schmerzen auf beiden Bauchseiten Der Schmerz strahlt sich bis zur Leistengegend aus. Wird mit der Hand die Zone leicht gepresst, lindern sich dann die Schmerzen. Es werden starke Schmerzen in der unteren Rückengegend verspürt, die dann auch besonders warm ist. Intensive Kopfschmerzen Drei Der Harnungleichgewicht Oft verspürt man plötzlichen Harndrang, sogar dann kurz nach dem Wasserlassen. Die Harnfarbe verändert sich, wird dunkler, was ein Zeichen für Blut sowie Eiter im Urin sein kann. Das Wasserlassen ist dann schmerzhaft. Vierte Vorsicht bei Fieber Fieber ist ein Zeichen für Entzündungen. Treten die vorherigen Symptome in Kombination mit Fieber auf, dann sollte man sofort ein Arzt aufsuchen, der es klare Zeichen für eine Niereninfektion sind. Fünfte Appetitlosigkeit Normalerweise wird die extreme Müdigkeit dann von Appetitlosigkeit begleitet. Außerdem kommt es zu starkem Durst, da eine Entzündung einen Flüssigkeitsverlust bewirkt und folglich eine erhöhte Wasseraufnahme notwendig ist. Sechste Erhöhter Puls Das Fieber und die Entzündung können auch zu Herzrasen und erhöhtem Puls führen. Der Organismus befindet sich im Ungleichgewicht und zwingt das Herz dann schneller zu arbeiten. Deshalb auch die Müdigkeit. Siebte Übelkeit und Erbrechen Bei Nierenentzündung Übelkeit sowie Erbrechen sind Symptome einer schweren Nierenentzündung, die zu erschwerter Verdauung führt. Die Nahrung wird nicht mehr toleriert und Darmprobleme treten auf. Die Folgen sind zusätzliche Schwäche, Zittern, Müdigkeit. Versuche dies zu vermeiden und besuche einen Arzt, wenn bereits die ersten Symptome, also Müdigkeit, Rückenschmerzen, Blut im Urin und so weiter auftauchen. Nieren nicht vergessen, den Arzt aufsuchen, damit er dann eine passende Behandlung verschreiben kann. Normalerweise behandelt man die Nierenentzündung mit Antibiotika. Ernähre dich gesund, sei geduldig, ruhe dich aus und lasse dich dann verwöhnen.